Ich habe im Mai 2024 zwei Romane gelesen, eine Story-One-Novelle und ein paar Kurzgeschichten von Stephen King. Und das war's tatsächlich auch schon, das heißt, es wird vielleicht ein bisschen ein kürzerer Lesemonat. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim, ich lade hier auf diesem Kanal alles rund um Bücher und Geschichten hoch. Wenn dich das interessiert, dann klick doch gerne auf Abonnieren und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Schaut übrigens auch gerne mal bei Instagram vorbei, denn da lade ich immer direkt, nachdem ich ein Buch gelesen habe, schon ein kurzes Reel zu dem jeweiligen Buch hoch. Auf eine bisschen andere Weise. Schaut euch das gerne mal an, was ich damit meine. Und jetzt geht es erstmal los mit der Dämmerung. Die Dämmerung von Marc Rabe ist die Fortsetzung von... Der Morgen, den ich tatsächlich... Ich glaube... Auch im Mai 2023 vorgestellt habe. Glaube ich. Wenn es nicht der Mai war, dann war es der April. Aber ziemlich genau vor einem Jahr gelesen habe und auch ziemlich gut fand dafür, dass ich eigentlich echt kein Krimi-Fan bin. Aber das ist ja das ganz Coole an dieser Reihe, dass das halt nicht einfach nur reine Krimis sind. So werden sie auch gar nicht beworben. Sie werden eigentlich als Thriller beworben und das finde ich auch irgendwie passender quasi. Irgendwie ist der Aufhänger schon ein Krimi. Es geht halt immer um einen Mordfall, der aufgeklärt werden muss und dann treten Ermittler auf den Plan. Aber es ist halt doch irgendwie nicht nur die reine Ermittlungsarbeit. Und das ist das halt, was ich cool finde. Und deswegen kann ich es halt auch ganz gut lesen. Jetzt in dieser Fortsetzung muss ich sagen, es ist eine super, super gute Fortsetzung. Ich habe die sehr, sehr gerne gelesen, mindestens genauso gerne wie den ersten Teil. Die Charaktere, die wir schon im ersten Teil eben kennengelernt haben, werden hier sehr, sehr konsequent auch weitergeführt. Art, Maya und Nele Tchaikovsky sind so dieses Ermittler-Duo sozusagen. Art, schon alteingesessen, Nele noch eine Anfängerin sozusagen. Und die beiden haben halt neue Probleme. Und es ist nicht so, dass irgendwie alles wieder von vorne beginnt. Es ist auch tatsächlich so, das werde ich am Ende nochmal mehr hervorheben. Man sollte diese Reihe auch schon in der richtigen Reihenfolge lesen, meiner Wahrnehmung nach. Das würde ich sowieso immer tun. Das gebietet mir schon mein innerer Monk. Ich würde niemals in der falschen Reihenfolge lesen, selbst wenn die Bücher noch so unabhängig voneinander sind. Aber in dem Fall, finde ich, lohnt sich das schon, weil es halt einfach sehr viel um die Charaktere geht. Es geht um die eigenen Probleme auch von den Charakteren, um das Zwischenmenschliche, Zwischen den Figuren. Und das ist dann eben auch etwas, was mir gefällt und was mir sogar mehr eigentlich gefällt als der Krimi-Fall, der dann vielleicht doch relativ losgelöst vom ersten Kriminalfall ist sozusagen. Es ist in diesem Teil der Fall, dass eine Leiche gefunden wird mit einem Hirschgeweih auf dem Kopf an einen Baum im Wald gebunden. Also eine Frau, die ist an einen Baum gefesselt und über dem Kopf ist so ein Hirschgeweih drapiert. Die Füße sind abgenagt, dass sie aussehen wie so Hufe halt von einem Hirsch dann auch. Auch sehr makaber und grausam tatsächlich. Und dann muss halt rausgefunden werden, wer das war. Und tatsächlich gerät ziemlich schnell in den Verdacht die Tochter von dem Opfer, Leo. Die ist irgendwie 22 Jahre alt oder so und fällt halt ziemlich auf, dadurch, dass sie so eine Aktivistin ist, die sich auch mal auf die Straße klebt und sowas. Also da merkt man auch schon, dass das aktuelle Themen tatsächlich auch beinhaltet, dieses Buch. Das war ja auch in Teil 1 schon. Da hatte ich mich schon oder fand ich das schon so beeindruckend, dass halt so aktuelle Themen wie jetzt irgendwie der Ukraine-Krieg oder auch, ja gut, Corona war auch letztes Jahr schon nicht mehr hochaktuell, sage ich mal, kam immer mal wieder so am Rande vor. Und zwar anders als jetzt zum Beispiel bei einem Holly von Stephen King, wo auch Corona vorkam, was aber viele ja sehr störend empfunden haben, weil es so drauf, so viel war, so, es wurde einem so in die Fresse geschlagen. Und das war hier halt gar nicht der Fall. Weder beim ersten Teil mit den damaligen Themen noch jetzt im zweiten Teil mit den Themen, die jetzt darin vorkommen. Die sind halt da, weil es authentisch ist, weil das halt in der Zeit spielt, wo Klimaaktivisten, die sich auf die Straße kleben, ein großes Thema in der Gesellschaft sind. Und deswegen kriegt man davon halt mit in dem Roman. Aber es wird jetzt nicht auf jeder Seite 50 Zeilen davon geredet sozusagen. Und das macht das Ganze so authentisch. Und deswegen macht das halt die Reihe, finde ich, auch so ein bisschen aus, dass dieses aktuelle Welt- und Politikgeschehen immer eine schon relativ große Rolle spielt, aber auf eine authentische und nicht zu... Mann, da fehlt mir immer dieses eine Wort. Ich weiß nicht, nicht zu... Nicht zu viel einfach. Nicht zu viel. Einfach in einem gesunden Maß. Und das finde ich super. Genau, und dieses ganze aktuelle Weltgeschehen, die Charakterentwicklungen, das Zwischenmenschliche, die Beziehungen zwischen den Figuren, das nimmt halt alles so eine große Rolle ein, dass ich im Ganzen sagen würde, dieser, dieses Buch oder die gesamte Reihe ist halt einfach weder nur Krimi noch nur Thriller, sondern auch noch Roman. Beim ersten Teil, finde ich, waren echt schon so Liebes... Na, nee, 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 das kann man nicht sagen. Also es ist halt viel so Roman mit drin, ganz ehrlich, weil es halt einfach so viel um die Figuren auch geht. Und das finde ich super. Es ist super, dass es diesen Misch gibt. Dafür steht dann halt auch die Reihe. Ich mag einfach keine Krimis, die einfach nur Krimi sind. Ich mag auch keine Thriller, die einfach nur Thriller sind. So, ich mag halt einfach den gesunden Misch, weil genau so ist auch das Leben. Das Leben ist auch nicht nur Krimi oder nur Thriller. Das Leben ist ein Misch aus allem. Wow, das war tief. Okay, ich würde sagen, Empfehlung geht definitiv raus für die Dämmerung. Ja, lest es gerne, aber lest, wie gesagt, den ersten Teil vorher noch, wenn ihr das noch nicht getan habt. Aber es lohnt sich definitiv. Die Reihe ist wirklich was in meinen Augen Besonderes. Jetzt kommen wir mal schnell zum nächsten Buch. Ja, und dieses nächste Buch war die Maske von Dean Kuhns. Von Dean Kuhns hatte ich, glaube ich, bisher nur ein anderes Buch gelesen aus der Odd-Thomas-Reihe. Die Anbetung. Und dieses Buch ist schon ein paar Jahre her, aber das habe ich nicht in so einer krass guten Erinnerung. Ich fand es ein bisschen dröge und langweilig. Aber da könnt ihr, ich weiß nicht, verlinke ich vielleicht hier auch irgendwo mal, könnt ihr mal vorbeischauen. Und dann habe ich jahrelang nichts weiter von ihm gelesen. Aber ich musste jetzt einfach nochmal, weil Dean Kuhns ja schon immer so ein bisschen auch mit Stephen King verglichen wird. Ich glaube, früher war das noch mehr so, dass jetzt Dean Kuhns, Stephen King und John Saul, glaube ich, auch noch so dieses Dreigespann des Horror-Genres waren. Die drei musste man eigentlich gemeinsam nennen. Und das ist jetzt nicht mehr so. Stephen King ist sehr viel erfolgreicher als die beiden John-Soul-Bücher. Ich glaube, ich kann man schon kaum noch irgendwie im Buchhandel erwerben. Aber Dean Kuhns gibt es schon immer noch auch. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, also dieses Buch hier wurde mir quasi weiter verschenkt von jemandem, der seine Bibliothek aufgelöst hat. Deswegen ist es auch eine sehr alte Ausgabe mit alter Rechtschreibung in D-Mark ausgeschrieben und sehr verblichenen Seiten. Was ich immer sehr, sehr schön und atmosphärisch tatsächlich finde. Gerade für so ältere Bücher, die dann auch so Schauer-Literatur sind. Aber ja, ich komme jetzt mal tatsächlich auf, das Buch zu sprechen. Und ja, ich werde das definitiv auch ein bisschen mit Stephen King vergleichen. Das muss er jetzt halt aushalten, weil eben Dean Kuhns immer so viel schon mit Stephen King verglichen wird. Vielleicht kann man das schon mal machen. Ja, es ist, sage ich mal, es ist schon ein solider Schauer-Roman. Gar keine Frage. Der baut sich langsam immer mehr auf. Es zieht sich ein bisschen, aber keineswegs zu viel in dem genau richtigen Maß. So soll das sein. Das ist auch nicht zu lang. Der ganze Roman ist insgesamt vielleicht so knapp unter 300 Seiten sogar. Also relativ kurz sogar. Und es spitzt sich halt immer mehr zu. Und das Ende ist dann tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Wir haben Carol und Paul Tracy. Die sind ein Ehepaar, die sich schon immer ein Kind wünschen. Die wollen jetzt eins adoptieren. Das klappt irgendwie nicht so richtig, wie sie es wollen. Und dann rennt Carol plötzlich ein 15-jähriges Mädchen vors Auto. Es passiert nichts Schlimmes so. Sie wird nicht verletzt. Aber sie hat ihr Gedächtnis verloren. Ob jetzt durch den Autounfall oder ob schon vorher, ist noch nicht so richtig klar am Anfang. Aber irgendwie hat es was Merkwürdiges mit diesem Mädchen auf sich. Weil es vergehen Tage und keine Familie meldet sich bei ihr. Und wie gesagt, sie hat kein Gedächtnis. Sie weiß nicht, wer sie ist, wo sie herkommt. Und Carol ist Psychiaterin und versucht jetzt in so Therapiesitzungen und mit Hypnose unter anderem so ein bisschen rauszufinden, was es mit diesem Mädchen sozusagen auf sich hat. Und was dieses Mädchen vielleicht selber über sich noch weiß, tief in ihrem Unterbewusstsein. Das hat schon auf jeden Fall so einen leichten Schauer und Grusel. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Aber ich werde das jetzt einfach mal zu einem der größten Schauer-Literatur-Klassiker unserer Zeit sozusagen vergleichen. Nämlich mit Friedhof der Kuscheltiere von Stephen King. Ich finde Friedhof der Kuscheltiere einfach sehr passend, weil ich finde, dass das tatsächlich so vom Aufbau der Story sehr ähnlich ist. Das geht halt mit einer relativ simplen, standardmäßigen Familie los. Und auch der Louis Creed ist jetzt nicht eine mega krass ausgebaute Figur oder ist jetzt relativ austauschbar, sage ich mal. Er ist halt einfach ein Familienvater, genauso wie Paul und Carol einfach ein Ehepaar sind, die sich halt ein Kind wünschen und so. Mehr ist bei denen nicht. Aber das trifft auch auf Louis Creed zu. Bei Friedhof der Kuscheltiere ist halt der Unterschied, dass das Ganze einen krassen Realitätsbezug hat. Das ist auch ein übernatürliches Thema, was aber mit diesem Thema Tod, was macht der Tod mit uns Menschen? Wie gehen wir Menschen mit dem Thema Tod um? Und ist der Tod vielleicht manchmal sogar besser? Sollte man den Tod einfach in Ruhe lassen? Der Kamera-Akku ist gerade ausgegangen, den werde ich gleich mal wechseln beim nächsten Buch. Aber das sind halt Fragen, die einen krassen Realitätsbezug herstellen bei Friedhof der Kuscheltiere. Und ich finde, ein krasser Realitätsbezug macht das Ganze halt gleich nochmal viel realer und auch nochmal gruseliger. Und so, dass ich da noch viel länger drüber nachdenken will und das halt auch immer mal wieder anhören möchte als Hörbuch. Das werde ich hier bei Die Maske ganz bestimmt nicht tun. Es ist halt, ja wie gesagt, es ist ein lesbarer Thriller, ein Schauerroman, den man halt einfach mal so lesen kann. Und wenn man da jetzt keine großen Ansprüche hat, dass einen das noch lange beschäftigt und so, dann spricht auch, glaube ich, gar nichts dagegen. Weil das ist, basiert auf einer richtig guten Idee auch. Es ist gruselig, es ist nicht zu langweilig. Es sollte nicht länger sein, aber es muss auch nicht kürzer sein. Es ist halt genau die richtige Länge und alles. Aber es ist halt was, was ich relativ schnell, glaube ich, wieder vergessen werde. Wenn das für dich jetzt sozusagen okay ist, dann kannst du das trotzdem gut lesen. So, da bin ich wieder und es geht direkt zum nächsten Buch. Morrigan Manor ist eine Novelle, eine Schauer-Novelle von dem Autor J.R. Hill und der Autorin J.K. Groß. Die haben das sozusagen zusammen gemacht, dieses Buch. Sie stehen beide vorne drauf. J.R. Hill kenne ich durch eine Autorengruppe, in der ich bei WhatsApp drin bin. Und wir haben uns so ein bisschen alle durch das ganze Story One-Wettbewerbsding zusammengefunden. Da habe ich letztes Jahr auch mitgemacht. Und er hat das Ganze geschrieben, während J.K. Groß die Bilder gemacht hat. Und ich finde, beides harmoniert so krass gut zusammen. Ich habe jetzt gerade vergessen, ich habe nochmal nachgefragt gehabt. J.R. Hill, J.K. Groß hat nicht nur die Bilder gezeichnet, sondern gleichzeitig auch noch das Lektorat quasi gemacht. Hat auch viel mit an den Formulierungen geholfen. Und einfach, ja, mitgeholfen, dass das Ganze auch besser klingt. Und die Geschichte im Gesamten stammt schon eher von J.R. Hill, aber J.K. Groß hat da auch sehr viel geholfen. Und vor allem halt einfach die Bilder gezeichnet. Dass beides sehr, sehr gut zusammen harmoniert und gemeinsam eine so krass eigene Atmosphäre eröffnet. Einfach sprachlich wie visuell. Ich sage mal den ersten Satz, den kann ich mir dabei schon auswendig, glaube ich. Patrick Branwell sammelte Mädchen wie andere Spielzeugzüge. Aber er tat das nicht aus Bosheit, sondern weil er sie liebte. Das ist ein krasser erster Satz, der eine krasse Atmosphäre aufmacht. Und dieser erste Satz, der wird auch erst im Laufe der fortführenden Geschichte komplett entfaltet. Was das jetzt eigentlich bedeutet und das ist sowas Gutes. Das hat mir richtig gut gefallen. Noch ein anderer Satz aus dem Buch, der mir richtig gut gefallen hat, war Das Mädchen, das an ihrem Bett stand, war aus einem Kürbis geschnitzt worden. Ganz gewiss war es das. Und das ist interessant, weil es ist nicht ein Vergleich oder so. Also nicht irgendwie, das Mädchen sah aus, als wäre es aus einem Kürbis geschnitzt worden. Sondern das Mädchen war aus einem Kürbis geschnitzt worden. Als wäre das ein Fakt, eine Tatsache. Das richtig Gutes gefällt mir, richtig Gutes macht. Naja, das ist halt einfach was, allein dadurch schon Schauriges irgendwie. Interessant, wie die, dass die alle so aussehen, so ein interessantes Aussehen haben. Es geht hier tatsächlich um diese fünf Mädchen, die alle in Morrigan Manor zusammen mit dem Vater wohnen. Der ist wahrscheinlich nicht wirklich ihr Vater, man weiß es nicht so richtig, aber er lässt sich so nennen. Und es gibt diese Regeln, immer wenn Shirley, die neu im Haus ist, irgendwie was macht, kommt ein anderes Mädchen und sagt so, Regel Nummer 23, wir dürfen nicht so und so machen. Es hat schon irgendwie was sehr Creepiges, aber es ist sehr schaurig. Und man will halt die ganze Zeit rausfinden, was passiert, also was hat es damit auf sich mit diesem Anwesen. Und warum sammelt der Vater, die das so, das schon sehr, sehr gut gemacht. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass es halt ein bisschen kurz ist. Also auch die einzelnen Kapitel sind teilweise wirklich richtig kurz. Aber das muss so, das Story-One-Format zwingt einem da förmlich zu, denn jedes Kapitel darf höchstens 3500 Zeichen beinhalten. Und ey, das ist richtig hart. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe da ja letztes Jahr auch mitgemacht. Da muss man dann, weil man verbringt so viel Zeit damit, die Kapitel nochmal zu kürzen, weil sie müssen halt unter diesen 3500 Zeichen sein. Was echt scheiße ist, aber ich finde, dass J.R. Hill das richtig gut hier gekriegt hat, da quasi sich nicht, also sich genug mit Beschreibungen aufzuhalten, aber halt auch nicht zu lang. So, dass jetzt nicht ein Kapitel nur eine Beschreibung ist, sondern dass halt trotzdem was passiert, aber es trotzdem nicht zu wenig Beschreibung ist. Also da hat er einen guten Spagat irgendwie, finde ich, hingekriegt. Das Ende fand ich auch sehr, sehr gut. Das habe ich so nicht kommen sehen. Ich habe wirklich gar nicht irgendwie so in der Art erwartet und es heilt nach. Definitiv. Es heilt nach. Diese Novelle hat definitiv was zu erzählen. Das ist jetzt nichts Generisches oder so. Nichts, was ich schon hundertmal gehört habe. Das ist eine Geschichte, die ich so noch nie gehört habe, die was zu erzählen hat und die noch nachhalten wird. Okay, alles klar. Zum Abschluss werde ich noch ein bisschen über Stephen King reden, denn Stephen King hat ja eine neue Kurzgeschichtensammlung rausgebracht. Ihr wollt es dunkler. Ihr wollt es dunkler? Sehr gut. Ich nämlich auch. Das steht auf seinem Klappentext hinten drauf. Und das ist schon mal spannend, weil ja Stephen King bei, also in letzter Zeit oft vorgeworfen wird, dass er nicht mehr so düster ist wie früher, dass er ein bisschen verweichter ist, weichgespülter. Von daher macht das schon erstmal auf sich aufmerksam. Ach so, ah ja, ihr wollt es also dunkler? Okay. Hier. Da habt ihr es dunkler. Und ob das jetzt wirklich so ist, ob das wirklich so dieser alte Oldschool King wieder ist, der dunkler ist, das ist die Frage. Ich habe es jetzt noch nicht ganz gelesen. Bei Kurzgeschichtensammlungen ist es bei mir auch tatsächlich immer so, ich lese die nicht am Stück. Also ich sage jetzt nicht, okay, mein nächstes Projekt ist, ihr wollt es dunkler? Und jetzt lese ich diese Geschichten alle hintereinander. Nee, so Kurzgeschichten lese ich halt so zwischendurch mal. Und ich habe tatsächlich jetzt schon ein paar gelesen. Ich habe aus, ihr wollt es dunkler eben gelesen, das rote Display und der fünfte Schritt. Das waren, glaube ich, so weit ist es, so die ungefähr kürzesten Geschichten in dem Buch, mit irgendwie 15 bis 20 Seiten. Einige andere gehen ja auch gerne mal 100 Seiten. Das ist ja bei Stephen King so ein Ding. Wenn Stephen King sagt Kurzgeschichte, dann kann das gerne auch mal eine Novelle oder sogar ein Kurzroman sein. Von daher, ich hatte halt so irgendwie zwischendurch mal so ein bisschen Leerlauf. Und dann habe ich gesagt, jetzt lese ich mal auf der Fahrt zur Arbeit schnell so eine Kurzgeschichte. Und ich fand das rote Display ein bisschen weird, aber irgendwie trotzdem gut. Der fünfte Schritt war richtig gut. Also hat mir richtig gut gefallen. Und ja, die waren beide schon schon ein bisschen düster. Ich kann das jetzt nicht so einschätzen, ob das jetzt so ein typischer Oldschool-King ist. Ich fand es auf jeden Fall schon düster. Und es hat mir gut gefallen. Und das hatte schon irgendwie einen King-Vibe, muss ich schon sagen. Ich habe ja auch noch eine andere Kurzgeschichtensammlung von ihm gerade rumliegen. Albträume hatte ich mir auch noch letztens gekauft. Und da habe ich auch zwei Kurzgeschichten schon draus gelesen. Und zwar Popsi und Kinderschreck. Auch beides gute Geschichten. Und das finde ich richtig gut, weil ich glaube, das sind beides so Kurzgeschichtensammlungen von Stephen King, die wieder ein bisschen in die Richtung Schauergrusel, also so Oldschool-Grusel mit übernatürlichem, na ja, nicht unbedingt übernatürlichem, aber ja, einfach düsterer sind. Ich habe, was war, da hatte ich noch so Basar der bösen Träume, da hatte ich ein paar Geschichten draus gelesen. Und da fand ich auch ein paar gut draus, aber ein paar auch nicht so gut. Und ich hatte irgendwie im Kopf ein bisschen abgestempelt, dass die Kurzgeschichten von Stephen King mir oft nicht so taugen, weil ich, ich immer das Gefühl habe, ich weiß nicht, was er mir damit sagen will. Aber ich muss auch sagen, also das ist schon echt lang her. Ich glaube, locker fünf, sechs Jahre her, dass ich hier die letzte Kurzgeschichte von ihm gelesen habe. Und ich glaube, dass ich seitdem ein bisschen mehr verstanden habe, was Kurzgeschichten sein sollen oder auch was Stephen King ja so darin sieht. Er sagt ja oft auch immer, mit Geschichten muss man ja nicht was sagen wollen. Das soll ja einfach nur eine Stimmung, eine Atmosphäre sein. Und ich glaube, da muss man sich halt dann so ein bisschen drauf einlassen. Kurzgeschichten sind nicht einfach nur kurze Romane, sondern die sind ein ganz anderes Genre. Oft geht es einfach nur darum, eine Atmosphäre schnell zu zeigen und ein bisschen Stimmung zu machen. Und wenn man sich darauf einlässt, dann sind halt Kurzgeschichten was ganz Besonderes auch. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Die haben es halt wirklich schon in sich so. Also zumindest diese beiden, die ich jetzt von Stephen King gelesen hatte. Und ich bin mal gespannt, wie das dann jetzt zum Beispiel bei den sehr viel längeren sein wird. Weil das waren ja zwei sehr kurze und da hatte ich schon auch gemerkt, krass, die sind sehr kurz. Fast ein bisschen zu kurz. Oder ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin mal gespannt. Da gibt es wirklich Kurze Geschichten, die gehen dann auch mal 100 Seiten. Da bin ich jetzt auf jeden Fall mal noch gespannt drauf. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was ich von denen halte. Wenn wir gerade schon beim Thema Kurzgeschichten sind, da kann ich mal auf meine eigenen Kurzgeschichten zu sprechen nennen. Ja, ich habe eine neue geschrieben. Elefant vergisst nie, heißt sie. Hier ist mal das Cover eingeblendet, das ich diesmal selber gezeichnet habe. Und das Ganze gibt es auf Instagram, aber auch auf Spotify zu hören. Schaut mal gerne in die Beschreibung. Da findet ihr die gesamten Links. Elf Minuten zum Anhören. Es gibt auch einen Link zum Lesen. Belletristica. Also wer es lieber selber liest, als vorgelesen zu bekommen. Das ist für euch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr gerne mal vorbeischaut und mir vielleicht auch ein kleines Feedback da lasst. Gerne hier auch auf YouTube oder auf Spotify oder auf Belletristica. Überall möglich. Nur bei Spotify kann ich nicht antworten. Tatsächlich total bescheuert. Aber ja, schaut gerne vorbei. Ich freue mich. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch schon wieder mit meinem Lesemonat. Mai 2024. Ich weiß gar nicht, wie lang es geworden ist jetzt. Schreibt auf jeden Fall gerne mal eure Meinung zu allem, was ich so gesagt habe, in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut, wie gesagt, bei Instagram vorbei. Ich würde mich freuen, denn da bin ich auch sehr aktiv. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wahrscheinlich wird das, oder vielleicht wird das tatsächlich auch wieder ein Potter Talk dann sein. Ich werde jetzt in ein, zwei Wochen auch mit dem vierten Teil anfangen. Aber wahrscheinlich wird jetzt erst noch ein Lesemonat dann kommen und dann erst der nächste Potter Talk. Ich habe jetzt diesmal eine längere Pause gelassen. Aber ich freue mich jetzt schon auf den vierten Harry Potter Band auf jeden Fall. Schreibt gerne auch mal bei den alten Potter Talks vorbei, die ich bis jetzt schon gemacht habe. Und jetzt war es das wirklich. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.